Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 13. Januar 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 542 und ich hoffe, meine Stimme hält die ganze Folge durch. AVM, Cumulus, AirPower, 150 Millionen, Patent, Ford, Chromecast und Emui 9. Entschuldigt das kurze Schmatzen, mein Ricola. No, Sponsored, keine Werbung. Aber ja, als Schweizer muss man ja für den Hals. AVM testet neue Powerline-Firmware-Updates und genauso Firmware-Updates für zwei Fritz-Boxen. Und zwar für die 74,90 und die 75,90. Das Ganze bringt einiges an Updates mit, einiges an neuen Funktionen, Features mit. Man hat verbesserte Übersicht in der Mesh-Gestaltung, man hat Push-Services, die für Powerline-Informationen erweitert werden, etc. Und auf den grossen Boxen kommt SMB3 dazu. Freuen dürfen sich die Schweizer, welche eine Migros-Cumulus-Kreditkarte haben von Mastercard. Denn die hat intern jetzt ein kleines Update spendiert bekommen. Neu ist sie fähig, auch Samsung Pay zu benutzen. Heisst, auf euren Samsung-Smartphones, wenn ihr Samsung Pay nutzt, könnt ihr neu auch die Migros-Cumulus-Karte integrieren. Das ärgert natürlich vielleicht den einen oder anderen Apple-Nutzer, der eine solche Karte hat und schon seit langem darauf wartet, dass die Migros das Ganze auch für Apple freischaltet. Wir dürfen weiterhin hoffen und für all diejenigen, die es können, viel Spass damit. Ich bezahle auch gern mit meiner Samsung-Smartwatch oder direkt mit dem Samsung-Mobile mit NFC und ohne Cash. Das liebe ich ja. AirPower. Mögt ihr euch erinnern, das war ein Gadget, was Apple mal vorgestellt hat und im Jahre 2018 hat auf den Markt bringen wollen? Jetzt sagen, und das ging ja zumindest so in dem Sinn noch nie durch, aber zum ersten Mal heisst es aus vertrauensvollen Quellen, dass Apple die Lieferkette angeschmissen hat. Sprich, die Zulieferer haben Produkte geliefert und es wird zusammengeschraubt beim Luxshare Precisations. Das ist ein asiatischer, genauer gesagt ein chinesischer Apple-Fertiger. Und da soll das Ganze zusammengeschraubt werden und dann auch ziemlich schnell dann schon auf den Markt kommen. Wir dürfen also gespannt sein und ja, das gibt sicherlich nochmal so ein bisschen Häme auf den Kopf. Mein Gott, Deutsch wieder mal. Ein bisschen was in Richtung Apple. Aber man könnte es ja so drehen, nach chinesischem Jahr hat das letzte Jahr noch nicht geendet. Das geht ja erst, ich glaube, am 3. oder 5. Februar zu Ende. Also somit, ja, nee, endlich, wenn es dann kommt. Ich glaube es erst, wenn es wirklich da ist. Dann haben wir ein paar Zahlen rausgefischt, die natürlich mit Vorsicht zu geniessen sind. Und das einfach mal von einer Airline. Was denkt ihr, wie viel so ein grosser Konzern von dieser Welt ausgibt für Flüge für seine Mitarbeiter? United Airline hat so zwei Plakate rausgehauen. Sie zeigen den grössten Kunden weltweit, den sie haben. Der hat 150 Millionen Währungseinheiten und nämlich Dollar in dem Fall in den Topf geschmissen, um Flüge zu kaufen bei ihnen. Und das nur bei ihnen. Ich denke, da geht auch der eine oder andere Flug noch über andere Gesellschaften. Nachher, die nächsten Firmen, die so genannt werden, ist Facebook, Roche und Google mit 34 Millionen. Und bei 12 bis 17 Millionen ist unter anderem Cisco, PwC und Oracle dabei. Und über 10 Millionen ist Intel, Visa und Chevron. Der grosse, ihr könnt es euch sicherlich denken, ist Apple. Die geben am meisten aus 150 Millionen US-Dollar pro Jahr. Eben allein bei United Airlines. Und die meist geflogene Strecke ist San Francisco nach, genau, PVG, Singapur, irgendwo da hinten wahrscheinlich. Nicht Singapur, nee. Wie heisst das andere? Sage Sengen? Nee, das ist auch in Asien auf jeden Fall. Zweite Stelle Hongkong, Taipei, London, irgendwas in Südkorea. Dann Singapur, dann München. Oh, ein zweites Mal in Europa und so weiter. Die ganzen weiteren Details und wo es noch hingeht, das könnt ihr euch nachlesen im Beitrag, den wir auf daily.giktalk verlinkt haben. PVG übrigens Shanghai. Ich wusste es doch, ich habe es irgendwo im Kopf. Ja, an der CES, die ja jetzt gerade aufgehört hat am Wochenende, ich glaube es zumindest, oder noch in die Tage reingeht. Nee, ich glaube es ist zu Ende. Da hat man das eine oder andere faltbare Smartphone gesehen. Man hat auch schon im letzten Jahr bei Samsung zum Beispiel ein Dings gesehen und bei Microsoft tauchen immer wieder mal Patente in die Richtung auf. Und das gleiche ist jetzt auch wieder passiert. Ein neues Patent für faltbares Fotografieren. Also Fotografieren mit einem faltbaren Smartphone. Na dann, wir dürfen gespannt sein. Kommt das Surface Phone zurück? Wer weiss, wer weiss. In den Staaten und diesmal hat es nicht unbedingt gross mit der CES zu tun, obwohl, da wurde es auch verkündet. Ford liefert schon seit einigen Monaten mit autonomen Lieferwagen Lebensmittel für Walmart-Kunden aus. Wie das Ganze funktioniert, es ist nicht ein neues Gerät, ein neues Fahrzeug, das sie auf den Markt geschmissen haben, sondern sie haben einfach bewährte Fahrzeuge, so kleine, ja, kleine, wie sagt man den, Lastwagen, kompakteres, umgebaut für die Möglichkeit, das Ganze autonom zu fahren, mit Kameras und allem Möglichen drum und dran. Und eine Ausgabestation für eben den Kunden, der dann seinen Einkauf entgegen nimmt. Und an der Stelle, schaut unbedingt in die Shownotes von der heutigen Folge rein. Da verlinke ich euch noch ein Video von Walmart, wo sie eben genau, oder was anderes, das eigentlich in der Richtung quasi online bestellen und dann wieder bei der Filiale abholen. Schon fertig gepackt, aber mit ganz vielen coolen Autos. Das ist wirklich ein ganz geiler Werbespot und der hat sicherlich einiges an Währungseinheiten gekostet. Aber ja, Walmart hat es aktuell drauf, würde ich doch sagen. Bei Google stellt man nicht nur Systemdienste ein, oder Dienste generell besser gesagt. Es fällt auch immer wieder mal ein Hardwareprodukt raus. Und so jetzt geschehen mit dem Chromecast, keine Angst, der Chromecast Audio. Kennt ihr den noch? Wurde, ja, doch jetzt einige Jahre lang parallel zum Chromecast dem grossen, oder ja, viel grösser ist der ja nicht, aber zum Chromecast verkauft. Der auch Video übertragen kann, etc. Und das Audio war jeweils nur, ich glaube, 10 Dollar günstiger oder nicht mal. Und somit fand er wahrscheinlich auch nicht allzu viel Absatz. Hatte dann auch noch die eine oder andere Sicherheitslücke. Und deshalb hat Google das Ganze jetzt einfach mal auf Eis gestellt. Oder ganz gekillt. Und schöne Neuigkeiten gibt es auch bei Huawei. Die EMUI 9, das ist so die Oberfläche, die sie über ihr Android schmeissen, damit es aussieht wie ein Huawei-Phone. Mit den ganzen Funktionen, den vorinstallierten Apps, etc. Die verbietet in Zukunft alternative Launcher laufen zu lassen. Der Grund ist relativ einfach. Huawei hat ja eine sehr gute Akku-Performance. Respektive viele Apps, die halt im Hintergrund laufen, werden ziemlich schnell eingefroren und dann laufen sie nicht mehr. Da hatten wir ja schon die eine oder andere Nachricht von Apps, die dann eben nicht mehr ganz so gelaufen sind, wie sie hätten sein sollen. Und ja, gewisse Launcher funktionieren halt da auch nicht so, wie sie sollten. Und Huawei hat da die grosse Reißleine gerissen. Und ja, einfach mal fremde Launcher rausgenommen. Hat natürlich auch die Folge, dass jeder jetzt sein Huawei so nutzen darf, Schrägstrich muss, wie es Huawei vorgibt. Mit den ganzen Apps, die man teilweise löschen kann und teilweise nicht. Eigentlich unschön, da ja genau das der grosse Vorteil von Android im Generellen ist, die Individualität mit den ganzen Launchern. Ich denke mal, da werden sie ziemlich schnell wieder einbrechen können, wenn da dann die Community kommt und sich wehrt dagegen. Da kenne ich nämlich einen Haufen, die gerne Huawei Smartphones benutzen, aber alternative Launcher haben. Inklusive meiner eigenen Person. Nach einem Monat Test geht da immer ein alternativer Launcher drauf. Ja, das war's für heute, für den Wochenstart. Ich danke euch vielmals für die ganzen Aufmerksamkeit, für die Downloads der Folge, fürs Anhören der Folge. Und ich gehe jetzt meine Stimme schon, dass es morgen wieder besser ist. Somit euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.